Guten Tag und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge Planet Coaster. Ja, und heute bauen wir bei unserem Monster Park weiter. Wie wir sehen, es sieht schon sehr fatal aus. Jetzt müssen wir hier den Weg noch etwas fataler gestalten, als überall zertrümmerte Gebäude usw. Und hier müssen wir natürlich noch das abgeknickte Gebäude bauen. Aber ich denke, das schaffen wir schon. So, jetzt bauen wir hier, nein, was war das? Achso, da oben ist was explodiert. Hier denke ich mal das nächste Gebäude hin. Alles so gut drauf, dann sieht es etwas zerstörter aus. Dann können wir das mal... Ja... Glasfassade bauen wir natürlich auch noch. Machen wir hier ein paar hin. Gut. Dann brauchen wir natürlich wieder... Ohoho, Feuer. Natürlich ist so ein Feuerreich. Nee. Wir brauchen Feuer. Feuer. Hm, sieht noch nicht fatal genug aus. Oh mein Sinn, da eins, da eins. Ja. 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 Ja, das sieht doch gut aus. Aber was macht das da schon wieder da? Ähm, schön gut da drauf gehen. Das ist Gebäude dann auch, was sehen wir jetzt. Gut. Dann brauchen wir... Hm, was nehmen wir da? Haben wir hier Schutthaufen, ja nicht? Irgendwie. Cool. Dann machen wir hier so Steine davor. So, machen wir mal allerlei verschiedene Steine mal hin. Hopp, geh hin. Ach, hopp. So, den hin. Du dahin. Geh, hi. Machen wir hier ein paar Steine hin und dann können wir eigentlich auch mal Trümmerteile. Ja, Dachteile können wir hier mal... Das ganze Gelände etwas verteilen. Wo ist denn Rauch? Gottverdammt, wo war denn das nochmal? Da, 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 ähm... Smoke Lounge. Ja, geil! Alles schwebt. Ah, alles klar. Geil. Ah, jetzt echt alles schwebt. Ja, von oben denkt man ja, ist mal auf dem Boden, aber... Ja, gut, Fabi, wieder voll versagt. Anders kennt man es nicht von dir. Hast du auf jeden Fall wieder geil gemacht. Alles klar. Warum? Was? Hä? Ist jetzt alles... What the fuck? Gerade war doch noch alles... Entweder bin ich jetzt betrunken, was ich nicht hoffe. Das wäre dann jetzt um die Uhrzeit sehr komisch. Die wollen mich verarschen. Ja, alles klar, Fabi. Alles klar. Ah, ähm... Ah, verdammt. Ja. Das ist echt... Auf jeden Fall Bombe. Ah. Jetzt bauen wir da vorne hin das Frack etwas. Jetzt bauen wir so ungefähr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Schade, dass wir das nicht krumm hinlegen können, aber vielleicht weiß ich das auch einfach nicht. Wenn, wie gesagt, ihr irgendwas wisst, wie man die hinlegen könnte, ähm... Da bin ich sehr dankbar. Wenn ihr das wisst, wie das geht. Ja. So, wo waren denn... Ja, Wasser müssen wir auf jeden Fall machen. Äh, nee, ähm... Damm. Nee, Elektrosprache auch nicht. Da eine Explosion, da eine Explosion. Ha, überall Explosionen. Was denn das? Ach so. Das kostet zwar ein bisschen Grafik, aber... Schaut doch gut aus. So richtig sehen, wo er das Viech kam. Oh, cool. Wie man sehen kann, man kann schon weiter färben. Das ist ja cool. Also wir sehen, das wird auf jeden Fall auch bald frei gemacht, weil man kann ja hier schon Terraform machen. Das ist ja cool. Und sieht es jetzt etwa fatal aus. Ja. Viel mehr. Denkt man hier, wäre alles verkohlt. Da müssen wir jetzt... Als nächstes... Fahrt hier immer noch nicht los. Wenn da vorne immer noch dieser eine... So, was ist denn hier los, hä? So, jetzt schließen wir mal kurz. Ja, geht raus. Sie ist halt aber selber dann schuld. Da hocken aber noch Leute drin. Ich glaube, das packt. So. Vielleicht funktioniert es jetzt wieder. Ah, jetzt... Alter, irgendwie seitdem das neue Update raus ist, packen wir etwas so rum. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich hab so'n Gefühl. Müll. Ja, das ist ein Füllzernzweck. So, dann brauchen wir ein Dach. Denke ich mal. Ach ja, bau doch da hin. Ach. Blub, blub. Nein. Gut. Und gut. Jetzt müssen wir den Fehler hier wiederfinden. Keine Fehler. Okay. Was weiter passiert, da machen wir etwas. Natur. Natur, sagte ich. Das gehört nicht mehr zum Gebäude. Jetzt können wir hier einfach... hier etwas zumachen. Nicht mal ganz weich rauscht. Dicht. Das, was da unten dran ist. Was war das? Ja, was machst denn du hier? Das ist für kein Piratenpark. Das ist das falsche Kostüm, Mann. Sieh die an wie ein Monster. Ist der überhaupt schon mal gelaufen hier? Hat schon auch, oder? Leute auch drin. Ich denke mal, da fährt man bei den heute noch nie fahren. Ich glaube, ich hoffe, ich denke. Ich kenne es aber auch eventuell etwas dunkel. Hier kann man eigentlich auch nochmal was machen. Aber, ich wollte... Aber, ich wollte... Ui. Oh, ein Gengus. Ah ja, das passt doch wunderbar hierher. Passt doch wunderbar daneben. Mach mal hier hin direkt. Blaise and friends. Uh. 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 Okay. Kann man auch gar nicht bescheißen. Äh. Mach mal auf. Gut. Das haben wir ja auch hier in der Atraktion. Hast du dich schon mal bewegt? Was ist denn hier los? Oder schaue ich nur ungünstig, wenn man bewegt sich das Rad? Das bewegt sich. Achterbahn. Irgendwas ist dir faul. Irgendwas ist dir faul. Die bewegt sich. Wir machen zu, dann machen wir mal wieder auf. Hm. Sehr komisch. Uuuh. Häh. Oh. 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 es hat jetzt alle traurig ja schade aber egal ihr bekommt dafür eine schub keine ahnung was das hier ist einen drink shop bekommt er auch noch so böse so ein shop und toiletten bauen wir dann in der nächsten folge noch schön ein und ich denke diese folge war es das jetzt also ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal in unseren schönen park auf wiedersehen